Tor. Korb setzt hier den nächsten Treffer 4, 4. Vossum steckt am 16er für Bebo durch. Es geht etwas wild her im Strafraum, Bebo ist umringt von mehreren Gegenspielern und Lennöö kommt aus dem Kasten. Am Ende kann Bebo die Kugel für Korb auflegen, der den Ball über die Linie stochert. Julian Korb, Stern 21. März 1992 in Essen, ist ein deutscher Fußballspieler, der bei Hannover 96 unter Vertrag steht.